Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Jeden Tag gut essen und trotzdem schlank bleiben dabei. Für das brauchen Sie bloß einen schön deckten Tisch, einen Tiefkühler, einen Bachofen und die neuen Gourmet Light Fertiggerichte. Die Gourmet Light von Goldstadt sind ernährungsphysiologisch ausgewogene, leichte Mahlzeiten, sind schnell parat und bieten viel Abwechslung. Es hat für jeden Gourmet ein Gourmet Light Fertiggericht. Vom Dorschfilet nach Wattländerart, über Grêpes à la Provencelle bis zum Chicken Curry Madrasse. Alle Gourmet Light Fertiggerichte haben bloß 300 Kalorien, enthalten aber bereits ein Drittel der täglich benötigten Nährstoffe, Mineralien und Vitaminen. Ein weiterer Vorteil von Gourmet Light ist, dass sie nicht viel Platz brauchen. Man kann also immer einen grossen Vorrat zu Hause haben. Hmm, jetzt ist es glaube ich soweit. Hinsetzen, Gourmet Light geniessen und schlank bleiben dabei. Nach dieser leichten Kost von Goldstar kann ich Ihnen gerade nochmal zwei Neuheiten von GOP vorstellen. Ravioli als Sougo und Pastettli-Füllung mit Champignons. Das sei nicht neu, finden Sie. Diese eben schon, weil das Tofu drin hat. Tofu, das Nahrungsmittel aus Soja, wo man fast alles damit machen kann. Und nochmal etwas offeriert Ihnen jetzt in GOP-Restaurant und zwar bis Mitte Juni, nämlich Spezialitäten aus Deutschland. Wie zum Beispiel Weisswurst und Herr Töpfelsalat. Und jetzt geht es gerade nochmal weiter mit Essen. Wir schalten um in die Studienküche. Bei mir geht es natürlich nicht so leicht zu und her, wie Sie es gerade gesehen haben. Aber ich bin sicher, der Gata wird Ihnen auch gefallen. Fein gehackte Ziebel und Knoblauch im Olivenöl adämpfen. Den Vialonereis dazu tun. Kurz mitdämpfen. Und mit der Hälfte vom Bouillon ablöschen. Lassen einkochen. Und den Restlichen Bouillon noch ins No zum Reis geben, bis er schön cremig geworden ist. Mit Parmesan und Anken vermischen und dann in eine eingefettete Gratteinform füllen. In Streifen geschnittenen Rohschinken drauflegen. Mit dem Restlichen Reis zudecken und mit Parmesan bestreuen. Zum Schluss Tomatenschnitz und Mozzarella-Scheiben drauflegen. Und im vorgeheizten Ofen überbachen. Nach 20 bis 30 Minuten können Sie den Grattein nach italienischer Art mit einem gemischten Salat servieren. Das Rezept, das wissen Sie, steht in der Koop-Zeitung von dieser Woche. Und ich wünsche Guten. So, das wäre es wieder einmal gewesen. Ich glaube, heute konnten wir für jeden Geschmack etwas bieten. Wenn Sie jetzt noch wissen wollen, was Sie bei Goop von morgen wieder günstiger einkaufen können, dann schauen Sie doch noch das Sonderangebot. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Goop ein Glas Nescafé Gold Deluxe, statt 14,95 Euro für nur 12,95 Euro. Alle Midi-Konfitüren sind jetzt 40 Kappen günstiger. Zwei Flaschen Abwäschmittel Fox Citron kostet statt 4,40 Euro jetzt nur 3,60 Euro. Eine Büchse Hundenahrung Pahl mit Rind statt 1,75 Euro nur 1,40 Euro. Und noch morgen über morgen und am Samstag eine Flasche Goop-Spiesöl statt 4,50 Euro. Und Gallia-Melone per Stück nur 1,90 Euro. Auf Wiedersehen!